So, das ist wieder bei TTT-Spaß! Warum hast du mortal, du warst tot? Ich hab auch voll viel Leben verloren, mit den festen Angelegenheiten. Richtig gefährlich. Ich bin dein Plot, ich bin dein Ninja. Oh, ich hör doch auf! Warum? Ich bin Detective, du hast mir gar nichts zu befehlen. Du hörst jetzt auf damit! Erst wenn Mordor tot ist. Okay. Nein! Oh, ich hab Schall bekommen! Da, da, da hinten, der da! Manu ist es, Manu ist es, Manu ist es! Oh, gar nicht. Hab ihn! Und Zombie glaub ich auch, weil er hat nicht geschossen. Und wir leben noch zu dritt, kann das sein? Zombie ist es, Zombie! Oh Gott! Der war auf jeden Fall gut. Der war echt gut gezielt. Wer ist denn da auf einmal so ausgerastet? Ich hab einen Bambadi reingehauen! Alter, auf einmal war ich richtig... Manu missbraucht wohl den Bambadi. Seinen Zweck. Wie? Ja vor allem, ich nutze den halt echt ganz anders, als man den normalerweise nutzen sollte. Ich schmeißt den halt die Menge. Ich nutze den fast als Gehardbombe. Aber explodiert der dann sofort immer? Ja, dann explodiert der sofort. Ja, weil er sobald einer in der Nähe ist, sobald nur in der Nähe ist, explodiert der. Das ist echt voll der Missbrauch. Das ist viele Gehards ohne Ankündigung. Ja, aber viel, viel schwächer. Ihr werdet ja mit einer Gehard alle gestorben. Deswegen ist es wieder okay. Ihr wolltet euch beschweren, dass die erste Map gelaggt hat. Die lag bei mir viel schlimmer die ganze Zeit. Ja, die lag bei mir gar nicht. Kaufe dir mal nur einen PC, Junge. Alter, ohne Spaß. Aufsache, alle hacken voll auf dem einen, weil der einmal sowas sagt. Ja, die andere Map hat bei mir auch nicht gelaggt. Ja, Junge, deine Titan, Alter, ist schon so out-to-date. Oh, Spaß. Hast du etwa kein Geld, um dir mal was Neues holen, du? Ich bin der Detektiv, Detektiv. Du bist die Dedidas. Und wieder? Das mein Tempel kommt und betet mich an. Ja. Ich bete dich mit meiner Waffe an. Großer Delay. Du darfst nicht betreten! Raus! Tombey, warte. Tombey, komm mal her. Alter, da geht's einfach da rein. Du darfst den nicht betreten! Raus! Das ist Bomb Has Been Planted. Du bist so dumm. Ich glaub, Osaf ist schreckt. Er hat gerade Bomb Has Been Planted gesagt. Ja, er hat wahrscheinlich C4 gelegt. Wo ist Osaf? Wo ist denn das gelandet? Osaf bei A oder bei B? Raus! Achso, achso, achso. Wir müssen die Bombe entschärfen, schnell! Okay, schnell, schnell, auf B. Bei B muss sie sein. Und B irgendwo, irgendwo bei B. Warte, 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 ist da einer? Noch bei dir? Nein, du gehst raus, sofort. Achso. Ja, ich wollte nur gucken, ob da noch einer ist. Ja, damit du weißt, ob du mich töten kannst. Ja, genau. Wo ist B? Ja, B ist, also auf jeden Fall nicht da, wo A ist. Okay, Tombey, der Terrorist ist da! Holly! Oh, ich weiß es nicht, wohin. Er verteidigt die Bombe! Das ist Tombey, der Terrorist! Da ist Osaf, da ist Osaf! Osaf schießt mich an! Los, auf Osaf! Ich bin eine lebende Bombe! Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Du musst mich retten! Okay, wir wissen es nicht. Was ist jetzt passiert? Manu nicht, Manu nicht. Hat er eine Waffe, hat er eine Waffe? Bitte? Der, der, der übrig ist, muss es sein. Der, der übrig ist. Was ist dir passiert? Mann! Hilfe! Oh, Manu ist es! Manu ist es! Manu ist es! Hä? Doch, hä? Wer ist es dann? Du bist aber jeden, den ich sehe. Okay, Holly, lass dich verraten. Ich hätte dir noch geglaubt, weil ich so verwirrt bin, dass ich nicht wusste, was hier abgeht. Manu hat mir geglaubt. Wo bist du denn? Dafür bezahlt. Wüsstest du denn, mein Lieber? Das wüsstest du wohl gerne, ne? Das wüsstest du wohl gerne. Ja? Wo ich jetzt wieder abhänge. Das ist echt gerne. Abhänger. Ja. Ja. Ihr habt schon verloren, die Bombe ist doch schon explodiert. Nein, es gibt noch eine zweite Bombe. Oh! Holly ist echt so schlecht. Wie hat Holly das bitte gemacht? Er hat einfach echt auf den Traitor geschossen. Ja, weil es schon klar war, dass er es ist. Du hast echt auf mich geschossen. Ja, klar. Ich hab mich gemütet, ob ich aber wahrscheinlich auf den Rücken bekommen habe. Ja, das würde ich aber auch machen, wenn es so klar war. Hast du auch schon mal gemacht, Manu, als Sklaver? Hey, aber es war doch nur Manu gegen mich. Ja, ne. Ja, im Grunde eben. Er hätte mich einfach mittöten können, dann wären wir beide am Leben gewesen. Letzte Runde für mich. Danke, dass ich dabei sein sollte. Hä, aber für mich war es auch klar, dass Osef das ist. Ja, deswegen. Weil Manu doch richtig laut geschrien hat, dass er auf dich schießt. Ja, klar. Aber hätten sie beide auf Manu geschossen, hätte Osef keinen Schaden bekommen. Eben. Bitte? Hätte Holly mit auf Manu geschossen, wären ja zwei gegen einen gewesen. Was so? Okay, stimmt. Das ist echt ein bisschen übel. Das war echt richtig krass. Oh man, ich bin schon echt ein Arschloch. Ja, danke. Tschüss. Gut. Gut. Ja, wen holen wir jetzt rein? Ich hab fast einen Rock vielleicht? Ich bin Brückentroll LP. Meine Brücke, geh runter von meiner Brücke. Meine Brücke runter von meiner Brücke. Okay, Glück gehabt. Stierp. Stierp. Ja? Ja? Ich bin... Kann ich deine Brücke treffen? Gott. Wer ist das? Warte. Warte, beruhig dich. Nicht ausrasten. Nicht getroffen. Oh. Nein. Oh. War das dein Fasshose? Ja, ich werf grad einen dauernd Fässer nach oben. Hier, guck, jetzt kommt wieder eins. Versteck mich hinter den Baum. Dann kannst du mich nicht treffen. Ich werfe einen dauernd Fässer nach oben. Ich schieß dich ab. Oh, ich hab keine Muni mehr. Hier, guck mal. Du kriegst einen DNA-Scanner. Oh. Ja, warte mal. Äh, gib mir mal deinen Arsch. Ja? Okay. Geht nicht. Kommt so'n... So'n Fehlergeräusch. Warte, ich will deine DNA. Hey! Delay wurde angezündet. Ich brach! Ich brach! Ich brach! Ich wollte gerade in den Tempel eine Rauchbombe werfen. Das war Gottes Strafe, glaub ich. Warte mal, bleib bei stehen heute. Wahrscheinlich. Er hat mich mit dem Blitz gestreifen. Aber irgendwie hat mich gerade mit der Flairgang angezündet. Ja, von hier hinten kam der. Ich bin safe. Ich bin safe, Freunde. Einer von euch muss es sein. Alter, ich geh dann weg. Durchsucht ihn, durchsucht ihn nach Flairgang. Ihre toten Körper. Ich will deine Fässer aufeinander stellen. Und Usaf trefft er seinen Pass an mich. Es ist wahrscheinlich Usaf. War Usaf? War Holly die ganze Zeit bei euch? Jetzt hast du mein Fass angeschmissen. Weißt du, wie lange es gedauert hat, das aufzustellen? War Usaf die ganze Zeit bei dir? Ja, der hat mich mit Fässern abgenommen. Au! 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 Ach, okay. Ja, Holly war's. Okay, sehr gut. Der war der einzige, der übrig blieb. Äh, Mordar ist aber die Technik. Aber einer war bei denen in der Nähe. Das heißt, einer... Dario... Na, guck, Zombey, denn fast steht. Also, entweder es ist Zombey oder es ist Usaf. Hallo, einer von euch beiden ist es auf jeden Fall. Oder, Manu? Oder, Manu? Zombey ist es vermutlich auch nicht. Hey, ich stand grad direkt neben Dario und wollte doch sofort... Nee, er ist es bestimmt nicht. Äh... Okay. Ich bin sicher, ne? Okay. Ich will doch mal Usaf in. Ich seh Zombey. Hallo. Ja, greif mich noch mal an. Usaf? Ja, wenn du es nicht bist, dann iss erst. Bin's doch nicht. Er war's nicht. Zombey. Zombey, Zombey. Er war's nicht, sag dir direkt. Hallo Zombey. Hallo. Ich hab eine Waffe weggeworfen. Von allen Seiten. Oh nein, das ist eigentlich ich. Wieso habt ihr Holly umgebracht? Hä? Weil ihr beide zusammen wart und ich war bei... Äh, Manu und Delay und Delay wurde auch gezündet. Ja, aber ich war auch die ganze dritte. Nein. Zombey hat gesagt, Usaf war bei dir. Ja, und Holly war auch bei mir. Holly und Usaf. Ja, aber du hast gesagt, Usaf war die ganze Zeit bei dir. Das war also nur Glück. Also war Holly... Tut mir leid, Conan. Tut mir leid, Conan. Oh, das sieht gut aus. Hast du nur gefragt, ob Usaf bei mir war, oder? Ja, richtig. Und wenn Usaf die ganze Zeit bei dir war, heißt das ja, einer muss kurz weg gewesen sein. Ja, Usaf war auch weg. Der ist die ganze Zeit unten rumgerannt und hat Fässer geholt. Ja, er kam halt immer wieder zu mir hingelaufen die ganze Zeit. Er hat Fässer geholt. Und Holly hat nicht mitgemacht. Du musst schon eine genauere Fragestellung hier machen. Pff, was soll ich sagen? Ja, was zu allem. Ja. Ja, ja. Ja, er hat über die halbe Web gerannt und hat Fässer geholt. Aber er ist halt immer wieder zu mir gekommen. Also, er war bei dir. Ich hab gefragt, war er die ganze Zeit bei dir? Und du hast ja gesagt. Ja, die ganze Zeit bei mir Fässer holen ist dasselbe. Ein Grad, über die halbe Web rennen, die ganze Zeit bei mir sein. Richtiges Arschloch. Ja, ne? Tja. Aber es ist okay. Er ist ein Arschloch. Ich bin Detective. Bist du das? Okay, dich grabe ich sofort an, Alter. Das kann ich überhaupt nicht haben. Möchte mal, dass hier irgendjemanden tötet gerade. Hallo. Lass mich rein oder das ist dann? Ich mich. Tötet mal, wer ich bin. Ich will meinen Detective Job nachgehen. Du fragst ihn ja die Leiche. Warte, ich will DNA von dir. Komm. Musst du mich dafür töten? Musst du mich dafür töten? Musst du mich dafür töten? Nein, nein. Ich will nur deine DNA. Musst du mich dafür töten, Leute? Ich hab Angst. Nein. Bleib verstehen. Ich glaube, er musst du nur einmal anhitten. Warte, mach mich einmal. Hit me, baby. Ich seh Zombie. Hallo. Warte, ich hab den gegen einen Fuß. Okay. Um dir große Schmerzen hinzuzufügen. Jaja, hast du. Was willst du von mir? Mach ich das? Nimm meine DNA. Das ist meine Brücke. Geht nicht. Geht von meiner Brücke. Geht von meiner Brücke. Oh Gott. Es ist Holly. Guck mal, ich untersuche. Ich untersuche. Guck mal. Das ist meine Brücke. Dankeschön. Nein, oh Gott. Stopp. Äh, Zombie ist es dann, oder? Zombie ist es. Maudado. Ich bin's nicht. Du hast gerade eingetötet. Zombie ist gegangen. Okay, wer ist es? Der Todesengel wird dann... Ja, kann ich nicht sagen. Maudado, Maudado. Maudado ist es. Verdammt. Oh. Alter. Der Detective stand so schön still vor mir. Ich muss einfach zuschlagen. Er wollte meine DNA... Ali, lass uns treiben. Ja, komm, lass uns treiben. Wie kriegt man denn DNA? Weiß ich auch nicht. Hä, von Leisen? Achso. Komm nur her. Ich hab schon gedacht, du musst mich dafür töten. Nö, nö. Ich hätte einfach... Dich aufgestürzt. Verbändig. Mit einer Crowbar. Ja, wer hat hier wieder CSS-Pro-Skills, he? Lohmann, Lohmann. Du bist gut. Wie wir jetzt die ganze Zeit Holly damit aufziehen. Ja. Das ist ja... CSGO-Runden. Ja, vor allem bis jetzt war ich eigentlich immer viel besser als Holly in den CSS-Runden. Als CSGO-Runden. Jedes Mal. Ach Gottchen. Ach Gottchen. Ach Gottchen. Ach Gottchen. Ach Gottchen. Und der Pistol-Johnny auch. Wir sollten auf alle Fälle mal einen Clan dann einfach aufmachen. Jetzt hast du seinen Namen. Ein CSGO-Clan. Jetzt muss ich mich umnennen, Manu. Achso, scheiße. Ne, zensiere ich. Keine Angst. Ich aber nicht. Ich zensiere es auch nicht, Alter. Du musst dich Pistol-Johnny nennen. Pistol-Johnny. Jetzt muss ich mir einen neuen Namen suchen. Nein, nein. Jetzt muss ich mir auch einen neuen suchen. Nehmen wir am besten jetzt in der Aufnahme. Für Detective. Genau, am besten jetzt in der Aufnahme einmal laufen. Die Handgun Holly geht ja noch. Ja, stimmt ja. Weil wir es ja noch nicht genannt haben. Aha. Ja eben, Handgun Holly. Handgun Holly. Handgun Holly. Handgun Holly. Ey, Handgun Holly. Ich rüber auch. Hi. Hä, wer schießt auf mich? Hä, du schießt mich an? Ich hab wieder mal meine. L-O-M-S-A-L. Hä? Mich schießt niemand an. Es ist... Heul. Nehmtar. Was ist da passiert? Was ist da passiert? Ich verstehe es nicht. Hä? Oh Gott, fuck, 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 fuck. Ich bin der Detektiv. Du darfst nicht Angst vor mir haben. Alles klar. Okay, ich laufe ab unten im Kreis. Nein, du haust ab. Du haust ab. Ach, komm schon. Äh. Wo seid ihr denn? Ist einer oben im Tempel? Ja. Echt jetzt? Nein. Vielleicht. Oh Mann. Jetzt lügt er mich nur an. Sombay? Ja. Oh, hallo. Hey, Manuel, komm mit mir. Ich vertraue dir in irgendeinem Grund. Wohin? Modado? Komm mit. Folg mir. Osaft? Okay, Modado, Osaft sind tot. Folg mir sonst. Ich bin Noob. Du bist der Pistol-Journey. Ja, wohin? Was soll ich tun? Der bleibt jetzt hier stehen. Und über was sind Sumpf? Da kommt schon einer. Wer ihn ab? Wer ihn ab? Hä? Hä? Dario? Hä? Nee, hä? Nee, hä? Ich bin hier drüben. Alles gut. Bitte schieß mich nicht. Komm schon. Bitte. Ich werfe meine Waffe weg. Da hinter dir. Hinter dir. Da ist einer des Skies. Hinter dir. Da ein Gebüsch. Ohne Scheiß jetzt. Oh mein. 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 Alter. Ich hab ja mal Starium getan. Wie cool war das denn? Die ganze Runde einfach dann im Busch und er kommt so zufällig vorbei. Alter. Ich hab die Augen gesehen und im Kutzing geguckt. Du bist sowieso ewig und einUNs. Ich bin der einzige der noch lebt. Ja. Du bist die letzte. Around, und schön. Hey Joel, den Smart Camp ist jetzt voll. Dann lusters sie jetzt. Kuck mal lasse, ja. Wiein auch nicht. Das verstehe ich nicht. Ach ja, Freunde. Ich hole sie jetzt wieder. Ah ja. Okay, jetzt muss ich heute mal holen. Ja, das schmeckt. Könnt ihr dir bitte aufhören, vor der Runde zu schießen? Also ich bitte euch. Es tut mir alles leid. Das ist eine Munitionsverfindung. Ah, das wurde jetzt verschwunden. Geschossen wurde nach ihm mit einem Schuss. Wir haben Schass. Wir haben Schass, Schatz. Ja, Leute, bis eben war ich ein Freekill, denn ich hatte keine Waffe. Aber jetzt hat sich die Scandert. Nein, der entwaffnet German Let's Play. Ja, der Profi. German Let's Play? Ja, ja, entwaffnet den. Okay, der Detective sagt, wir sollen nicht entwaffnen. Wie heißt denn nochmal, der Zauberstunde? Hey, hey, Manu, du hast keinerlei Respekt. Guck mal, die haben hier extra, du kriegst jetzt eine Kugel in den Fuß. Okay, du schießt zurück, ich kenne dich. Ich schieß mich einmal an. Wer ist denn das überhaupt? Ach, Olli. Oh nein, oh nein. Der war das Geist. Okay, das ist natürlich nicht so gut. Würden wir bitte den Tempel hier verlassen? Dürfen wir nicht beten? Bitte, nein, nein. Das wäre ein Ort. Ich muss später, die Leiche, die Leiche muss erst beigesetzt werden. Können wir die nicht entfangen? Genau, aber du machst dasselbe, ne? Warte, bitte verlassen den Tempel. Das war ja nicht extra als Barrikade aufgestellt. Okay, gehen wir raus. Machst du wahrscheinlich auf der Straße auch so, trittst einfach Müll einmal um. Kenn dich. Ja, Vandale. Bereitest du die Zeremonie vor? Ja, ja, warte. Oh, ja. Wartet, wartet. Oh, ja, lecker. Ich werde noch, äh, Weihrauch nachrechnen. Das war nicht meine Rauchgranate. Oh, da ist sie, bietet sie an. Ich will dir nichts sagen, aber die Leiche hat gerade eine Brandgranate in deinem Tempel. Nein, das war, das war eine Disk-Compilator. Also kann ich Haulie nicht aufheben. Der Traitor kann jetzt mal Yolo-Exten machen. Gesegnet wurde. Ja, der Traitor ist tot. Wir können jetzt beten. Nein, der Tisch wackelt. Oh Gott, mal kann ich nicht verschieben. Der Altar wackelt einfach. Guck mal, kann ich nicht verschieben. Was ist da drunter? Schieb ihn weg. Wir müssen das Rätsel lösen. Wir müssen die, wir müssen das Ding aus dem... Wir müssen da bestimmt einfach Holly drauflegen. Nein, wir müssen das auch zur Schatzkammer bringen. Wie lang ist das Modal der Betrachter-Shop, weil der Schatzkammer will. Usav, äh, Usav tauscht. Holly ist unser neuer Altar. Nein! Der Altar! Jetzt haben wir, können wir in eine Zeremonie. Oh Mann, man kann ihn nicht wegschießen. Okay, Usav ist safe. Cool. Komm, wir verlegen einfach den Tempel. Ja, richtig, wir verlegen den Tempel. In den Sumpf. Wir sind nicht gut nah. Er ist besessen, Usav, du musst ihn befreien. Schnell, hol deinen Cruze-Fix. Warte, womit, womit, äh, hier. Wie ist das da? Oh mein Gott! Was kann ich verwenden? Moment hier! Er ist geheilt! Ist er! Nicht, dass er noch besessen ist. Lebt er wieder, Holly, bist du? Also ich gehe lieber weg, ich habe alles. Ich habe auch Angst davor. Oh ja, drei HP, das ist kaum. Nein, ihr bleibt alle drin, das ist kaum. Wir haben hier geheilt. Ey, du kannst es nicht befehlen. Du kannst es mir nicht befehlen. Ich bin Detective, ich kann das. Warte, ich will drauf rutschen. Aber du kannst mir nicht befehlen, in meinen eigenen Tor zu rennen, Usav. Ich will dem Altar heuligen. Alle drin. Nein! Ich bleib drin. Wer ist da unten? Tüle! Ich bin schon lange raus, ich habe die Erlaubnis von Detective. Nein, hast du nicht! Doch, habe ich. Nein, jag die LLP und erschießt ihn. Alter, ich lebe wieder. Alter, Leute, ich lebe wieder. Nein, du bist so... Bringt dieser Tyrann. Oh, da, da, da fake Leiche wieder. Dieser Tyrann. Oh. Er hat die Identität von Holly angenommen und dann seine Leiche hingefakt. Den Tyrannen Detective. Aber, ich stürze den Tyrannen. Nein, das war eigentlich ein Boom-Buddy. Ja, ein Boom-Buddy. Du hast die Leiche entfernt und dann... Ach, du wolltest Hollys Leiche als Boom-Buddy machen. Ich habe Hollys Leiche entfernt und dann bei dir hingelegt. Ich habe die Leiche von den Lorys entfernt. Oh, Saft, ich bring dich raus. Oh, ja. Ich suche den nächsten Oh. Den nächsten Oh. Den Helikopter. Den nächsten Oh. Alter, ich habe den Geil. Holly ist einfach direkt am Anfang gestorben. Woran denn? Ja, es war ein Fehler. Ich hatte es des Geistes und wollte ein bisschen snipern. Ach so, war das so. Ich stand einfach vor meiner Nase. Ich habe es erstmal nicht gecheckt, dass der des Geistes war. Ich wollte halt kurz nachgucken, was er war. Und dann bin ich halt um den Altar rumgelaufen. Ich habe immer noch keinen Namen entdeckt. Und dann dachte ich mir, der ist wohl des Geistes. Das stimmt aber, was nicht. Was ist das denn für ein Fehler? Was denn, was denn, was denn, was denn? Hi. Ich bin... ...de... ...in deiner Nähe. Ach so, Achtung. Holly will mich umruhen. Hallo, A, Osaft. Verlasse den Tempel. Lauf schnell, lang schnell. Tötet Osaft. Ich habe deinen Hut geklaut. Osaft, okay. Osaft, tötet. Okay, Osaft. Er hat den Detective geschlagen. Er hat den Detective geschlagen. Ich wollte nur deinen Hut. Du hast mich geschlagen. Du hast mir 20 HP abgezogen. Und außerdem bist du tot. Du hast dein Leben genommen für... Oh Gott. Brutal, ey. Brutal. So. Wer möchte die Leiche haben? Ich verkauf sie. Ich kauf sie. Ich kauf sie. Okay. Ich verkauf sie. Was kriege ich dafür? Äh, äh, ich habe den... Ich habe... Ich habe... Ich habe dein Haus schon geselbert. Ich habe den... Ich habe... Ich habe sie. Hier, du darfst sie haben. Warum? Ah, das ist ein Zombie. Ups. Sorry, sorry. Hier, hier, ich bin hinter dir. Ah, Zombie hat die Leiche. Ja, ja, ich habe schon verkauft, leider. Ich verkaufe den originalen Detective-Hut. Hallo, Schrotflinte. Oh, 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 oh. Schon original. Den getragen vom Detective. Der hat mir jemand grausam vom Kopf entfernt. Ich biete 50. Äh, 50 was? Ich biete meine Schrotflinte. Warte, ich gucke gerade, was ich für eine Waffe habe. Okay, die Schrotflinte gewinnt. Alles klar. Was? Du hättest dir von meinem Geld noch 10 Schrotflinten holen können. Da ist der Hut. Wo ist mein Fuß? Vielleicht bietet ein Traitor irgendwas. Vielleicht sein Hut. Dann hast du Traitor-Punkte für den Hut. Oh Gott. Ich setze ihn auf, ich setze ihn auf. Oh, da ist was explodiert. Ich will den Hut aufsetzen, Holly. Okay, warte, warte, warte. Und... Jetzt bist du quasi auch ein Detective in deinem Herzen. Ja, Mann, ich fühle mich richtig gut. Geh trotzdem bitte raus. Ich kann dich beschützen. Was, warum hätte ich es? Okay, auf mich. Auf mich wurde geschossen. Ich habe gedacht, das wäre Zombie gewesen. Hat einer von euch auch nicht geschossen? Nein, nein, nein. Ich war ganz auf die Leiche da in der Ecke. Aber wer ist der zweite Traitor? Es müsste Zombie, es müsste Manu sein. Manu war der Einzige, der nicht da war. Ich ziehe um. Dann hat er wohl auf mich geschossen. Nein, ich habe sie nicht angewandert. Manu, wir wissen doch alle, dass du der Sniper-Beast. Manu, wo bist du denn? Manu, komm zum Tempel. Ja, Holly war doch auch bei euch. Ja, ich war bei euch, ich war bei euch. Die Götter wären nicht richtig. Ich habe nicht Holly gefragt. Die Leiber, Holly war dir? Über dich richten. Ja, Holly war bei mir. Okay, gut, dann ist jetzt schon Manu übring. Manu, kommt alle zum Tempel, bitte. Wir machen hier die Gerichtsverhandlung zum Manu. Ja, ich muss den erst mal finden. Die anderen kommen auch zum Tempel. Du sollst da hingehen. Was? Du böse. Warte mal, ich suche ihn vorher, dass ich sicher bin. Gut, ich bring ihn hin. Okay, gut. Ah, sehr gut. Dann bleibt eigentlich nur noch Holly übrig. Holly ist traurig. Er stand da einfach gegenüber und wollte gerade draufschießen auf den heiligen Tempel. Oh mein Gott, es ist... Oh Jesus, er schießt da. Oh mein Gott, du hast alle getötet. Alter. Du Monster, Holly. Also von hinten, alle wegge. Ich wollte eigentlich messern, aber ihr wart so schnell. Dann hast du es halt so gemacht, ne? Alter, kannst du doch mal treffen. 25 Counter-Strike-Profi. Ja, ohne Scheiß. Spielt die ganze Zeit Counter-Strike und kann einfach gar nichts. Nichts, Alter. Nichts. Ich hätte schon mehr von so einem Profi-Spieler erwartet. Leute, der hat 100.000 Stunden Counter-Strike. Und der hat den Dario nicht einmal getroffen mit dieser Waffe. Ich habe irgendwie einen Recall kontrolliert, aber hier gibt es gar keinen Recall. Ja, ja, ja. Genau, jetzt kommen wir da nicht ausreden, ne? Ach, ja. Immer mit Recall. Also das ist, ist das ein Kollege oder? Oder hat er sich zurückgerufen? Ja, echt, Alter. Genau. Recall. Recola. Da, ich schaue gerade auf seinem Profil. Er hat in den letzten zwei Wochen 16 Stunden Counter-Strike gespielt. Nur 16 Stunden. Richtiger Suchti, ey. 80 Stunden. Das ist viel zu wenig. Ich bin nur Opfer. Das ist viel zu wenig. Mit der hätten wir ja schon nie mal wartet. Die Woche hat aber erst heute angefangen. Die letzten zwei Wochen haben aber erst jetzt eingefallen. Die letzte Woche hat er jetzt eingefallen. Wie jeder weiß. Ich bin die Sekteführer übrigens, guck mal. Ja, ich töte dich, warte. Guck mal, guck mal. Oh, ich wollte erst fast. Äh, okay. Gibt es doch mal irgendwo eine Waffe. Habe ich die Lammmähch kaputt geschossen oder war ich die an? Nein, ich will einfach. Ihr habt kaputt geschossen. Oh, cool. Ich habe eins. Oh, weißt du was? Okay, Deal ist es nicht. Wow, hast du denn nicht gewöhnt bin? Alter, wie geil. Mach es nochmal, mach es nochmal. Geh mal nach unten. Komm. Und du musst runtergehen. Gleichzeitig runter. Gleichzeitig runter. Und los, geh hoch, geh hoch, geh hoch. Warte, geh hoch. Was habt ihr jetzt? Alter, was macht ihr denn da? Ich frag mich auf, schreie noch mal. Oh Gott, wow. Ich bin auch nochmal. Geh hoch, geh hoch, während ich runtergehe. Ah, warte, so, jetzt. Oh nein. Warte, warte, warte. Diesmal denke ich dran. Immer wenn es keine Verabschiedung gibt, muss ich ein Part in zwei Hälften aufteilen. Wir sind uns beim nächsten Mal wieder bei TTT.